So, jetzt haben wir das Mikro noch angemacht. Also ihr seid auch zu hören, gell? Bitte keine Flurereien. Hey, wer flucht schon? Ich zeige jetzt mal den Leuten, wie man richtig kämmt. Wie man erfolgreich kämmt. Jetzt habe ich gerade so einen guten Run bei Temple Run und jetzt fängt das Spiel schon an. Kacke, ey. Also ein guter Camper hat eine Quote von 4. Eine KD von 4, mindestens. Schauen wir mal, wie es läuft. Hey, wir haben den Rapunzeljäger mit im Game. Da kann nichts passieren. Alle Feinde ausschalten. Sie dürfen nicht wissen, dass wir existieren. Oh shit, ich habe nur eine Mine, ey. Bleibst du? Ah ja, gut, ist gut. Ich gehe durch den Depo-Laden. Wer geht rechts? Der Depo-Laden ist einer. Sag, wenn du weg bist, Daniel, gell? Bist du noch da? Ja, ja. Oh, jetzt ist vorne dicht, ey. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommen sie. Ja, okay. Du hast einen Eingang, ja? Ich sichere den Depo-Laden. Daniel, ich verlasse mich voll auf dich, gell? Oh, warte mal, warte mal. Ich kann den Claymore. So, jetzt habe ich auch noch mal eine. Falls wir noch eine brauchen. Ich habe eine Drohne. Bin weg, Depo-Laden ist nicht mehr sicher. Drohne nähert sich. Sag, wenn du weg bist, Daniel, gell? Ah ne, wer ist denn oben? Ja. Ah doch, nice ist auch oben, gut. Ja, ich schicke den Leiter. Ein guter Camper hat Unterstützung. Achtung, Calvin, von rechts kommen Sie. Na, ich habe hier oben da Disco-Depo-Laden. Ganz miese Tour, was ich hier abziehe. Ganz mies ist das. Vielleicht komme ich auch damit zu euch hoch. Ja, ja, komm ruhig hoch. Gib ein schönes Video. Alle auf dem Dach. Er dreht schon um, der Christiane. Ich glaube, der will auch hoch. Ich habe eine Hunter, warte. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Ich starte euch mal einen Besuch ab da oben. Genau, ey. Daniel, da geht ja gar nichts jetzt. Einer. Nee, nee, ich meine, wenn du da stehst, kommen sie niemals hoch. Boah, ich habe Vorräte. Warte, warte, warte. Ich habe einen Wäsch da. Ich stelle ihn in die Richtung. Ich hoffe, dass meine Vorräte euch nicht erschlagen, Leute. Ich habe auch Vorräte, warte. Wir haben Obitalsatelliten. Vorräte. Vorräte kommen, warte. Vorräte kommen, warte. Sorry. Okay, Beckett. Die roten Punkte auf der Karte sind Gegner. Und die grün-blauen, das sind Kollegen. Also auf die solltest du nicht... Ey, wir sind alle auf dem Dach. Nee, ich bin weg. Ich auch. Hunter-Killer-Drohne in Bereitschaft. Ich komme zu dem D-Boot. Boah, Alter. Ich habe gerade eben die Mine hin und da kam schon einer. Verbündeter Orbitansatellit online. Sehr gut. Okay, ich gehe wieder nach vorne, Beckett. Hinten wir mal auf den Internet. Einer möchte er wollen. Den gehört der Rechter hier. Mir? Ich sowas mit dem Stück nehmen? Ja. Na lass ihn da, da kann schon mal keiner hoch. Nimm die andere Seite. Da, ich zeige die nicht gut zu gut kommen. Okay, warte, 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 warte. Ich hole ihn weg. Ich stelle ihn auf die Seite. Boah, ich bin schon wieder weg, das tut einer an der Holzkabee irgendwo. Mit wem redest du denn du, Kevin? Ich höre denjenigen nicht. Boah, ich rede mit mehreren. Ich bin weg, die sind nicht sicher. Achtung, hinter uns von irgendwelchen. Dein Rambo höre ich noch. Ey, ich verlasse mich voll auf euch, Christian, Daniel. Zerbündete Vorräte unterwegs. Wobben weg, zwei Leute, komm auf den Dekoladen. Okay, Daniel übernimmst du? Dekoladen sicher, Dekoladen sicher, ich bin da. Alles klar, ich komme zu. Oh, scheiße, sorry Rambo. Ey, fuck. Ne, das war nicht ich, ich habe daneben geschossen. Ja, ich bin nicht tot, aber sowas von angehittet, dass, wenn mich jemand anpustet, ich unfall. Warte. Er kämpft auch ein Smyfer bei denen jetzt drüben auf dem Dach. Also, wie der Calvin es vorher gesagt hat, ein guter Camper hat eine Viererquote. Der Camper hat eine Viererquote, was bedeutet, dass er schlecht ist. Also, man muss am Camper schon genau eine Viererquote haben. Also, mindestens vier als Camper. Ich habe gerade, äh, bin bei acht. Aber das, was ich hier gerade mache, ist Mördercampen. Seid ihr auch noch da? Hunter, Killer Drohne eingesetzt. Warten wir schnell genug? Ja. Drohne nähert sich. Ey, die Armen, die tun mir voll leid. Also, YouTube, was wir hier machen, ist nicht die feine Art, aber es macht Spaß. Aber es bleibt tief, ne? Boah, nein. Guck dir mal den letzten Kill an. Das war ja der mieseste Camperkill überhaupt. Guck ihn dir an, Achtung, gleich zwei Stück. Ey, tut uns leid, Jungs, aber... Das Video muss auf YouTube, Leute, sorry. Sorry. Schaut wenn Sie da mal.